Meine Mama ist jetzt aber schon klar, dass alle denken, dass es beinahe ist, ne? Zu neun! Ja, meine Mama ist jetzt auch immer so raus, kleine Kinder, so... Ja, meine Mama ist jetzt so raus, denke ich, ich bin gespannt, dass die Kinder heiliget haben, dass die Kinder heiliget werden und da in der Sönderung, denen die Kinder heiliget werden, dass die Kinder ja auch nicht mehr sehen. Oder du musst mit deinem Bruder anziehen. Oder? Oder meine Mama hat statt gesucht für die Stange. Sieh das? Lass dir mal grinsen. Lass dir mal ein Foto von dir machen, wenn du kannst. Doch? Hand weg. Nein! Ich schauch halt einfach filmen. Hallo, der Jebe will mit uns sein Foto machen. Nein! Hallo, wir wollen ein Bild mit dir weinen. Boah! Wie holt die Dame von zu Hause ab mit meinen Zielen? Und hör ihr das Schöne? Ich will einfach nicht filmen. Das ist meine Geile. Das ist doch fällig. Glaube ich auch. Oh! Auch gut. Bei YouTube. Ja! Und ich Söner wärs auch geil. Ja! 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 Ich lass mein Scham auf ihr. Und es wird warm hier. Langsam reiß ich nicht mehr aus. Ich muss den Ton nicht lang hier. Hallo? Wo die Böje hier machen? Oh, das ist klar. Hallo? Wie ist die Wettbewerb? Normalerweise du bist da, oder? Was? Normalerweise klopst du mir hier, Baby? Aber du bist mir da noch mal. Aber du bist nicht mal steif, Alter. Nimm mich. Boah, ich kippe zu ihm, was hast du dich essen? Bauerndrum. Gelangweilig, oder so? Echt? Cool. Hätt nass. Ich kann weiter geliefert. Blauner an die Höhe. Hältst recht nicht ab, ne? Oh, wie der Hans haben wird. Wirklich voll Hans haben. Wirklich voll Hans haben. Wirklich voll Hans haben. Wirklich voll Hans haben. Von der Hans haben ist das. Hach. Entschuldigung? Aber das macht nicht mehr? Hach, wenn du mich gut machen. Kann ich mich gut machen? Hach, wenn du dich gut machen können? Hach, wenn du dich nicht harness, Hilfe du dich vermisst. Hach, wenn du dich nicht mehrcht. Hallo, ich will Verluste. Ich will Verluste. Ich will Verluste. Ich will Verluste. 2 3 4 8 8 10 10 ich weiß gar nicht, wie du was kannst, ne? ich kann es nicht, Alter ja, überhaupt nicht überhaupt nicht überhaupt nicht immer Feuer machen, ne? ich kann es nicht, ne? ja ich kann es nicht, ne? ja ich weiß nicht, was ich hieß, so aber wird da ein Scheiß-Fäuerchen los? ne? die Kotte vielleicht auch nicht, oder? es war noch nicht vertraut, es war noch nicht und da war zu ihnen MASHI, AUV hast du das angezündet? nein ja, ich phat an es ey Mann Achtung jetzt? Nein, das ist ein Gelug. Ich bin voll Blödsinn. Du musst die Heban machen. Ich traue mich. Ich denke, wie ihr nicht so weit was runterpresst, dass der Mangel aussieht. Und wie der Sound. Pass auf die Lampe. Kann du mal mitsingen? Ich hab vorhin eine Spinne gefunden, die hab ich meiner Mama vor die Nase gesetzt. Ich hab keine Angst mehr mit. Außer sie sind so groß und schwarz und blätt. Leberknecht nahm ich meiner Mama. Ich hab die letzten Seite verfolgt. Ich hab den Schlüssel in die Haustür geknackt, dass die Spinne irgendwie...